Die Sonntagmorgenschlupfen sind eigentlich Konfetti und die Sünden, die du begehst, macht in den armen Mann aus Polchetti. Dein Traummädchen ist noch viel zu jung und geht zur Polizei und der Mann des Moments ist lebenslang wieder frei. Schau, wenn du etwas versteckst, schau, wenn sich's notfinanziell, schau, dass du sie nicht versteckst, denn sie plaudert schnell und landet mit nem Boxkampfen im Hammersmith Hotel. Verschaff dir jetzt Gehör, willst du auch ein Stück? Verschaff dir jetzt Gehör, es wird bald nicht mehr frisch sein. Gestern war's neu, morgen wickelt man darin Fisch ein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dein Mädchen ist weg und diesmal ist es ernst gewesen, schau dir einfach nur die Bilder an, dann musst du sie nicht lesen. Und der Mann aus dem Waschsalon durchstöbert deinen Wäschelberg wie wild und der Milchmann hat Hunger und er stillt ihn mit Biss. Er sagt, schau, wenn du etwas versteckst, schau, wenn sich's notfinanziell, schau, dass du sie nicht versteckst, denn sie plaudert schnell und landet mit nem Boxkampfen im Hammersmith Hotel. Verschaff dir jetzt Gehör, willst du auch ein Stück? Verschaff dir jetzt Gehör, es wird bald nicht mehr frisch sein. Gestern war's neu, morgen wickelt man darin Fisch ein. Schau, wenn du etwas versteckst, schau, wenn sich's lohnt finanziell, schau, dass du sie nicht versteckst, denn sie plaudert schnell und landet mit nem Boxkampfen im Hammersmith Hotel. Schau, wenn du etwas versteckst, schau, wenn du etwas verdient hast, sollst du sie nicht öffnen. Ja, wenn du das versteckst, schau, wenn du etwas versteckst, schau, wenn du etwas versteckst, schau. Untertitelung des ZDF, 2020